Der 16. Oktober, heute ist Montagabend und heute starten wir in eine ganz besondere Woche bei Ab ins Bett, nämlich in die Pupsi-Woche. Von heute bis Donnerstag gibt es jeden Tag eine neue Gute-Nacht-Geschichte vom kleinen, süßen Elefanten. Ab ins Bett, 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 der Kinder-Podcast. Hier ist euer Lieblings-Podcast, hier ist Ab ins Bett, heute mit der 1147. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco, in dieser Woche gibt es ja vier Pupsi-Spezialausgaben und wenn ihr auch diesen kleinen, süßen Elefanten, der zwischen der Anderswelt und der Menschenwelt hin und her reist, so sehr mögt, dann, liebe Eltern, holt für euer Kind doch den Ab ins Bett Adventskalender. Denn hinter jedem Türchen gibt es einen neuen Teil der Pupsi-Weihnachtsgeschichte in diesem Jahr. Habt ihr Lust dazu? Na dann geht, solange es noch welche gibt, auf abinsbett.net. Bereit. Zum Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und regt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, na dann lasst euch doch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, da bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1147. Gute-Nacht-Geschichte für Montagabend, den 16. Oktober. Pupsi und die Schneekugel Pupsi ist kein ganz normaler Elefant. Er ist klein, er ist süß und er wandert zwischen der Menschen und der Anderswelt hin und her. Momentan ist Pupsi gerade bei den Menschen. Draußen ist es schon kalt. Es kann sogar sein, dass der erste Schnee fällt. Hört Pupsi richtig, wie die Schneeflocken ganz leise vom Himmel rieseln? Er muss unbedingt nachsehen. Er blickt aus dem Fenster und er sieht, wie tatsächlich die Straßen und die Häuser mit einer glitzernden weißen Decke überzogen sind. Das sieht gemütlich aus vom Pupsis Zimmer. Diese schneebedeckte Landschaft. Ob ich Herrn Widinski Bescheid sagen muss? Herr Widinski ist Pupsis bester Freund und immer, wenn Pupsi bei den Menschen ist, lebt er bei Herrn Widinski. Doch während er nachdenkt, bemerkt er plötzlich etwas Ungewöhnliches. Dort drüben, auf dem Bücherregal, da steht eine wunderschöne Schneekugel, die hat Pupsi noch nie zuvor gesehen. Die Kugel war aus klarem Glas und darin schwebte ein zauberhafter Winterwald mit einem kleinen Dorf und mit winzigen, funkelnden Häusern. Pupsi ist natürlich sehr, sehr neugierig und er kann seine Neugier auch nicht zügeln. Daher nimmt er die Schneekugel in die Hand. Er schüttelt sie ganz leicht und sofort beginnt es zu schneien. Doch genau dann passiert etwas sehr, sehr Ungewöhnliches und vor allem auch für Pupsi Unerwartetes. Er gerät in einen Wirbelwind aus Glitzerstaub und findet sich mit einem Mal mitten in der Schneekugel wieder. Der Elefant in der Schneekugel, das ist wirklich neu. Aber hier, in der Schneekugel, ist die Luft klar und erfrischend. Überall um ihn herum liegt frischer, knirschender Schnee. Pupsi staunt über diese wunderschöne Winterlandschaft. Doch das Beste ist, dass er nicht allein ist, denn genau vor ihm steht eine Gruppe von Tieren. Die hat er noch nie zuvor gesehen. Er trifft hier freche Eichhörnchen, schlaue Kaninchen und auch einen freundlichen Fuchs. Und dann ist er noch nie zuvor gesehen. Die Tiere nehmen sich viel Zeit für Pupsi und sie erklären ihm, dass sie hier in dieser Schneekugelwelt leben und dass der Winter hier niemals endet. Pupsi ist so begeistert und erschließt schnell Freundschaft mit diesen tierischen Gefährten. Jetzt wird es auch Zeit für winterliche Abenteuer. Sie beginnen mit einer Schneeballschlacht. Und wollen später noch Schlitten fahren. Die Zeit hier, wow, die vergeht wie im Flug. Und Pupsi genießt jede Minute in dieser verzauberten Schneekugelwelt. Doch irgendwann erinnert sich Pupsi daran, dass ja auch zu Hause Schnee liegt draußen vor der Tür und Herr Widinski bestimmt schon auf ihn wartet oder sich sogar fragt, wo er ist. Die Tiere aus der Schneekugel helfen Pupsi wieder zurückzukehren. Dazu schütteln und rütteln sie sich alle so sehr, bis die Schneekugel anfängt, sich zu schütteln und wieder ein glitzerer Wirbel entsteht. Schwupps findet sich Pupsi schon wieder in seinem Zimmer wieder, von Herrn Widinski immer noch keine Spur. Pupsi weiß aber, dass er diese Reise niemals vergessen wird. Die Reise in die winterliche Schneekugelwelt. Und außerdem freut er sich über den frühen Schnee draußen vor der Tür. Doch wenn Pupsi es sich so recht überlegt, würde er noch einmal gern den Sommer erleben, nur für ein paar Tage. Wie wäre es denn, Urlaub zu machen, denkt sich Pupsi und er gibt sich selbst die Antwort. Ja, das ist eine gute Idee. Wie Pupsi in den Urlaub reist, hört ihr morgen nur hier. Und außerdem wisst ihr genau wie Pupsi auch. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Jetzt heißt's aber wirklich, ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen. 18 Uhr Ab ins Bett.net Gute Nacht Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020